hallo und herzlich willkommen zurück zu notruf 112 zu gast bei der feuerwehr schwandorf wir sind einen einsatzreichen vormittag bis mittag eigentlich gefahren wenn ich mir das so angucke das ganze ganze in der letzten folge der angucken ja war das zwei pkw in der hintereinander und jetzt gleich einen leite einsatz hallo kanzler brandschutz lkw brand einsatz für lf 24 die lk 23 12 tlf 1 rtv 1 dornenkamm 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 Hakenstützen fahren aus. Hakenstützen fahren. 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 Hakenstützen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Denn das war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Ich würde mich extrem freuen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge in der Freiwilligen oder in der Berufsförderung. Ich weiß es leider nicht. Auf jeden Fall in der Stadt Schwandorf zu Gast. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.